Mein Name ist Markus Wolf und ich bin hier bei der Industrie- und Handelskammer Innovationsberater. Als Innovationsberater schaffe ich Mehrwert für Unternehmen aller Facetten im Bereich Innovation und Technologie. Das heißt, es ist eine branchenübergreifende Kundschaft von Medizintechnik über IT-Dienstleister und alle produzierenden Unternehmen oder Unternehmen, die forschen und entwickeln. Und hier biete ich einen Mehrwert in dem Sinne, dass ich über verschiedene Veranstaltungsformate, das sind Vier-Augen-Gespräche bis hin zu Großveranstaltungen, oder anderweitig Informationen vermittle, rund um alles, was das Thema Technologie mit sich bringt. Schutzrechte kann es sein, IT-Sicherheit kann ein Thema sein oder Digitalisierungsprozesse in Unternehmen zu bringen. Fördermittelberatung gehört dazu und das ist ein buntes Spektrum. Also das macht sozusagen die Arbeit sehr facettenreich und sehr spannend, weil man hinter die Kulissen gucken kann, sowohl bei Forschungseinrichtungen als auch bei den Unternehmen und diese beiden halt eben dann auch zusammenbringen kann, was dann auch wieder für alle Parteien einfach ein Schritt nach vorne ist.